Roland Kaiser vor 11.000 Fans in Chemnitz umjubelt Chemnitz Vor rund 11.000 Fans tritt zur Stunde am Samstagabend Roland Kaiser auf dem Hartmannplatz in Chemnitz auf. Mit dem Lied »Auf einmal warst du da« eröffnete der 65-Jährige bei Sonnenschein und Blauem Himmel das Konzert unter freiem Himmel. Ich habe mich sehr gefreut wieder hier in Chemnitz auf der Bühne zu. »Stehen! Vielen Dank für den Empfang und das schöne Wetter«, rief der Sänger seinen Anhängern zu. Kinder, Jugendliche, Fans zwischen 20 und 70 Jahren waren auf das Areal geströmt, das eigens für den Auftritt des Künstlers in Kaiser Arena umbenannt wurde. Vor den Getränke und im Bissbuden warteten vor Beginn des Konzerts lange Schlangen von Besuchern. Doch das hatte auf die allgemein gute Stimmung keinen Einfluss. Ausgelassen feierten die Fans Roland Kaiser schon vor dem Konzert mit Sprechchören. Auch im nächsten Sommer wird Roland Kaiser in Chemnitz singen. Karten für das Konzert am 28. Juli 2018 gibt es bereits ab Mittwoch in allen freie Presse-Shops. An den kommenden beiden Wochenenden tritt der Sänger viermal am Dresdner Elbhufer auf. Die vier Konzerte der Kaisermania für jeweils rund 11.000 Besucher waren innerhalb von neun Stunden ausverkauft gewesen. Also door mit den zwei Konzerts Pal不对? Vielen Dank.